Wir haben uns hier heute versammelt. Bla bla bla, sehr traurig. Bla bla bla. Ist doch keiner hier. Ruhe in Rieden. Warte, ist es keiner hier? Niemand ist meiner... Was? Niemand ist zu meiner Beerdigung gekommen und der Priester hat es nicht mehr versucht. Wie kann das denn sein? Was ist mit meinen Freunden? Hallo, irgendjemand? Sowas Dummes. Niemand ist da, keiner kam zu meiner Beerdigung. Ich dachte, ich hätte Freunde in der Schule, aber scheinbar nicht. Wie kann das denn sein? Warum... Ich hatte zwei beste Freunde. Wer bist du denn? Du kannst mich sehen? Hi, ich bin Ronja. Ich bin tot. Wer bist du? Was? Ja, ich bin gerade... Ich komme gerade von meiner Beerdigung. Deswegen bin ich auch so weiß und so. Wie kann das sein? Keine Ahnung. Ich glaube, es liegt daran, dass ich nicht zurückgehen will. Ich bin so sauer. Meine blöden Freunde. Keiner ist da. Ich war ganz alleine mit dem dummen Fahrer da, der gesagt hat, wir sind jetzt bedauerlich hier, dass es Ende ist. Und fragt mich was. Und keiner war da. Keiner war überhaupt traurig. Ich dachte, ich hätte Freunde. Das ist ja fies. Ja. Naja. Jedenfalls, äh, cool, dass du mich sehen kannst. Wie, wie... Hast du öfter schon tote Leute gesehen? Ist das eine komische Frage? Nicht, dass ich wüsste. Ja, das ist komisch, aber... Aber das ist so cool. Ich meine, das ist wirklich cool, weil dann bin ich nicht ganz alleine hier. Und ich kann mit dir reden. Bin ich jetzt ein Geist? Bin ich offiziell ein Geist? Können wir Freunde sein? Ja, klar. Super gerne. Okay, Freundin, dann, äh, gehe ich mal nach Hause. Ich wohne tatsächlich eigentlich direkt gegenüber. Dann können wir uns vielleicht morgen treffen oder so. Okay, bis morgen. Mach's gut. Mega cool. Ich hab eine neue Freundin. Eine, die tatsächlich auch mit mir redet, obwohl ich tot bin. Zum Glück ist mein Haus noch da. Hä? Es sind fremde Leute beim Haus. Was machen die hier? Okay, mal gucken, was meine neue Freundin so macht. Hallo. Oh, ich hoffe, sie ist zu Hause. Aber eigentlich ist es noch recht früh. Ich wüsste nicht, wo sie rausgegangen sein sollte. Oh, ich bin so froh, dass mich irgendjemand hier sehen kann. Vielleicht kann mich jeder sehen. Ich komm ja schon. Hi. Oh, äh, ich glaub, du bist gar nicht, mit dem ich gestern geredet hab. Bist du die Schwester? Äh, ich hab mich gestern mit deiner Schwester angefreundet. Hallo? Hi, äh, ich bin direkt hier. Ich bin Ronja. Ich weiß nicht, ob sie von mir erzählt hat. Ich bin der Geist. Das Geistmädchen. Wer ist da? Oh, du kannst mich nicht sehen. Warte mal, ist deine Schwester zu Hause? Hm, komisch. Oh Mann, okay, dann ist scheinbar ihre Schwester die einzige, die mich sehen kann. Falls die Schwester sind, aber sehen sie sehr ähnlich. Also, oh Mann, die denkt bestimmt, hier hätte nur jemand einen Klingelstreich gemacht oder sowas. Ich versuch's nochmal. Vielleicht kommt ja diesmal die Schwester zur Tür. Hallo? Oh nein, das ist schon wieder die falsche. Oh, ich fass sie mal an oder sowas. Vielleicht kann sie das spüren. Hi? Was sei das denn? Oh Mann. Ich glaub, ich geh jetzt einfach rein. Äh, wie klar. Okay, okay, okay. Sie kann mich eh nicht sehen. Das heißt, es stört sie wahrscheinlich auch nicht, wenn ich im Haus bin. Und ihre Schwester ist vielleicht auch oben oder nicht zu Hause. Oh, hi. Oh, Entschuldigung, du schläfst noch? Ronja? Tut mir leid, dass ich einfach so reingekommen bin, aber ich wollte klingeln und deine Schwester dachte, ich mach einen Klingelstreich und hat mich nicht gesehen. Ich glaub, du bist die Einzige, die mich sehen kann. Oh, sie kann dich nicht sehen? Nee, scheinbar nicht. Wie hast du eigentlich mitbekommen, dass ich draußen war? Liz, mit wem redest du? Na mit Ronja, kannst du sie nicht sehen? Äh, bist du verrückt geworden? Nein, sie ist ein Geist. Tut mir leid, Ronja. Äh, ist schon okay. Ich bin froh, dass immerhin du mich sehen kannst. Ich wünschte, es gäbe irgendwie einen Weg von den Toten zurückzukommen, damit ich wieder ein normales Leben leben kann. Du bist ja komisch. Deine Schwester denkt jetzt bestimmt, irgendwas stimmt nicht mit dir oder du hast einfach nur, keine Ahnung, komische Träume gehabt oder schlafwandelst. Naja, ist ja egal. Zu deiner Frage von vorhin. Ich hatte helle Lichter gesehen. Aus der Kirche? Bei der Kirche, ja. Ha, komisch. Ich hab keine Lichter gesehen. Und dann warst du auf einmal da. Okay, vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, wie ich hier als Geist noch auf der Erde geblieben bin. Keine Ahnung, ist alles ein großes Rätsel. Ich kenne mich auch nicht so gut aus mit, keine Ahnung, Geisterkunde. Das ist ja wie in einem Film. Irgendwie schon. Irgendwie auch echt cool, dass ich immer noch am Leben bin. Beziehungsweise so halb. Kann ich sonst irgendwer sehen? Ich glaube nicht. Ich kann's mal ausprobieren, aber ich weiß es nicht. Sag mal, ja? Denkst du, wir können dich zurückverwandeln? Ich glaub schon. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich bin ja nicht wirklich tot tot. Ich bin ja quasi mit einem Fuß noch auf der Erde. Das wäre so cool. Oh mein Gott, ich erinnere mich dran, dass ich mal den Nachrichtenbeitrag gesehen habe über irgendeinen verrückten Wissenschaftler, der bei uns in der Stadt wohnt. Liz, hör auf mit dir selbst zu reden. Okay, sorry. Ähm, ich würde mal gehen und den suchen vielleicht. Dann musst du dich auch nicht mehr mit deiner Schwester irgendwie hier, keine Ahnung, dir Ausreden überlegen. Tut mir leid. Ich komm mit. Oh, wirklich? Okay, cool. Dann, äh, bis später, Lizas Schwester. Wir sehen uns vielleicht irgendwann. Oh, äh, wo denkst du, müssen wir anfangen zu suchen? Vielleicht erstmal in die Stadtmitte? Entschuldigung, äh, könnt ihr mich sehen? Ich suche einen verrückten Wissenschaftler. Oh, äh, ich glaub, die reden nur miteinander. Oh, äh, ich seh, wenn ihr beschäftigt seid, alles gut, dann frage ich halt wen anderen. Äh, ist vielleicht bei der Bank nie das heute leer. Warum kann mich denn keiner sehen? Das ist überhaupt keine gute Erfahrung. Ich hoffe, Liz hatte mehr Glück. Liz, hast du was gefunden? Ronja, ich hab den Hinweis. Oh, wirklich? Die Frau in der Bibliothek. Was, du kennst die, den Wissenschaftler? Weißt du, wovon wir reden? Die sagt dir, na, 17 ist einer. Oh mein Gott, wirklich? Das ist gar nicht weit weg von euch, oder? Dann lass uns da hingehen sofort. Aber der ist wirklich verrückt. Ah, was soll schon passieren? Ich bin ja schon tot. Ich kann auch alleine hingehen. Dann musst du dich keinem Risiko aussetzen. Ah, das sieht komisch aus, aber das unten scheint es zu sein. Wow, wie gruselig. Oh, ich glaub, das ist auch der Wissenschaftler. Hi, ähm, Sir? Ronja, mein Name. Ich bräuchte ihre Hilfe. Können sie mich sehen? Was willst du? Oh, äh, okay, perfekt. Du kannst mich hören. Ähm, ich bin ein Geist. Also, ich bin bei einer Beerdigung gewesen und dann kam ich raus. Und Liz hier kann mich sehen und ansonsten niemand. Scheinbar sie noch. Hallo Mädchen, ich rede mit dir. Oh, okay. Dann wohl nicht. Okay, Liz, kannst du das übernehmen? Klar. Hallo, ähm, meine Freundin ist ein Geist. Ein Geist? Ja, ich bin ein Geist. Ich bin direkt hier. Äh, buhuuu. Yep, sie können sie nicht sehen, aber sie ist ein Geist. Zeit für meine Geisterbrille. Oh, mein Gott, der hat eine Geisterbrille. Oh, mein Gott, wie praktisch. Oh, mein Gott, äh, der sieht, äh, komisch aus. Hallo, Sir? Können Sie mich jetzt sehen? Ich bin, ich bin hier. Tatsache. Oh, mein Gott, wirklich? Äh, okay. Also, äh, long story short. Ich bin jetzt ein Gespenst. Und, hey, für ein Geist! Nein, ich bin nicht gefährlich. Warum soll ich denn sonst hierher kommen und sagen, dass ich hier bin und meine Freundin bringen, die ihnen sagt, dass ich ein Geist bin? Stimmt. So, jetzt, wo wir das geklärt haben, ich würde gerne in ein Mensch wieder zurückverwandelt werden, damit ich mein normales Leben weiterführen kann. Können Sie mir da helfen? Hm, naja, ich könnte schon. Aber, aber was brauchen Sie? Hm, ich arbeite gerade an einem anderen Projekt. Okay. Hey, was denn? Also habe ich keine Zeit. Es ist wirklich dringend. Ich kann mit niemandem hier reden. Ich weiß nicht, wie lange ich noch auf der Erde habe hier als Geist, bevor ich mich zurückverwandle. Oder was passiert, wenn ich mich nicht zurückverwandle? Bleibe ich dann für immer tot? Kann ich irgendwann mit niemandem mehr reden? Dringend. Mein Projekt ist dringender. Was? Was ist denn dieses Projekt, was Sie, äh, gerade bearbeiten? Das Wasser der Stadt. Äh, okay. Ich glaube, das Wasser der Stadt funktioniert ganz gut im Moment. Es muss zur Erdbeermarmelade werden. Hä? Zur Erdbeermarmelade? Was bringt Ihnen denn das? Dringend. Hä? Äh, wenn Sie Lust auf Erdbeermarmelade haben, dann bringe ich Ihnen gerne ein Glas aus dem Supermarkt mit. So ist es ja gar nicht. Ich brauche das Rezept. Das Rezept für Erdbeermarmelade. Können Sie da nicht einfach irgendeins... Das Rezept. Aber gibt's im Internet kein Rezept für Erdbeermarmelade? Muss das spezifische Rezept sein? Wo gibt's das Rezept? Wie können wir... Okay, wie können wir helfen? Wie, was müssen wir machen, damit ich hier zurückverwandelt werde? Nein, die Stadt hat es versteckt! Okay, okay. Scheint hier eine, äh, brisante Angelegenheit zu sein mit der Erdbeermarmelade. Und, äh, wo? Wo hat die Stadt versteckt? Du musst es finden. Was für ein weirder Typ. Die, die Lady in der Bücherei hat erreicht 100 Pro. Der ist verrückt. Tresor. Also einfach hier im Bank-Tresor? Das ist jetzt nicht so schwer zu finden. Der Tresor. Okay, äh... Wissen Sie was, verrückter Wissenschaftlermann? Ich gehe zum Bank-Tresor. Ich hole Ihnen das Rezept für Erdbeermarmelade. Sie lassen mich nicht rein! Ähm... Ich verstehe gar nicht, warum. Dringend! Okay, ich hole das Rezept für Erdbeermarmelade. Ich bringe das wieder hierher. Und dann können wir mich zurück verwandeln. Ja. Aber zuerst die Marmelade. Okay. Gut, dann, äh, Liz. Lass uns, lass uns das Rezept holen gehen. Der war ja gruselig. Ja, nichts wie raus hier, ha? Okay, ich hab hier das Rezept. Und... Ronja, ich will da nicht nochmal runter. Okay, kein Problem. Äh, warte einfach hier oben. Ich gehe runter. Sollte ja noch seine Geisterbrillen oder sowas aufhaben. Und dann, äh, komm ich, wenn alles gut läuft, hier wieder als normaler Mensch raus. Danke. Bis gleich. Okay, ab in die Höhle des Löwen. Hallo, Herr, ähm, Wissenschaftler. Ich hab hier das Rezept für die Erdbeermarmelade. Hey, vor allem Geist! Schon wieder? Immer noch. Ich bin der gleiche Geist. Ich hab das Rezept für die Erdbeermarmelade. Oh, hallo. Äh, hier wäre einmal ihr Rezept. Erdbeermarmelade? Ja, das wollten sie doch, oder? Erdbeermarmelade. Oh. Wie jetzt? Oh. Ich hab jetzt extra die Bank ausgeraubt. Hab das blöde Rezept hier gestohlen. Und jetzt kommen sie mir hier mit O. Nein, ich möchte gerne zurückverwandelt werden. Ich, ich meinte Himbeermarmelade. Sie nehmen jetzt Erdbeermarmelade. Sie können ja das gleiche Rezept nehmen und einfach Erdbeer mit Himbeeren austauschen. Wie verschieden kann das schon sein. Aber ich will Himbeermarmelade. Okay, eine Sekunde. Liz, Liz, hast du einen Stift dabei? Ja klar, wieso? Kannst du hier drinnen kurz einmal Erdbeer durchstreichen und Himbeer draufschreiben und dann quasi das Rezept für Himbeermarmelade machen? Äh, okay. Ach, danke, du bist die Beste. Hier bitte, alles geändert. Oh, hä, das sieht sogar toll und echt aus. Okay, perfekt. Das wird ihr niemals merken. Dankeschön, Liz. Dann, äh, bis gleich. Ich wünsche mir Glück. Äh, Treppe runter war hier. Hallo, Herr Wissenschaftler. Ich bin nochmal ein Geist. Wie oft denn noch? Ich bin immer noch die gleiche. Ich hab ihr blödes Rezept hier. Oh, Himbeermarmelade. Ja, das ist, was sie wollten, richtig? Himbeermarmelade. Wie lecker. Okay, ähm, hier, bitteschön. Was machen sie denn mit dem Rezept? Ich hab das geklaut, weil sie das haben wollten. Geklaut? Das ist illegal. Oh mein Gott, wollen sie das jetzt Rezept oder wollen sie es nicht? Ich möchte wieder ein Mensch werden. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Verwandeln sie mich jetzt bitte zurück. Ich will nichts Geklautes. Okay, ich hab's selber kreiert. Ich hab's von meiner Ur-Ur-Urgroßmutter geerbt. Lecker. Damit kann ich Muffins backen. Ich dachte, sie wollten die Wasserleitung in der Stadt in Marmelade verwandeln. Aber meinetwegen, backen sie Muffins. Mir völlig egal. Ich möchte zurückverwandelt werden. Bitte. Was reden sie denn? Sind sie verrückt geworden? Ich werd gleich verrückt, je länger ich hier noch bleibe. Bitte, bitte, bitte. Ich möchte nur zurückverwandelt werden. Das ist alles, was ich möchte. Ich bin ein Geist. Keine Ahnung, wie lange ich hier noch reden kann. Naja, ich kann sie zurückverwandeln. Oh mein Gott. Dankeschön. Halleluja. Warum sagen sie das denn nicht gleich? Okay. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ähm. Ja. Mein Fehler. Gut. Sollen wir dann anfangen? Einmal mitkommen, bitte. Gerne. Äh. Hier hinten beim, äh, beim Tisch? Beim Sofa? Wo soll ich mich hinstellen? So. Und los geht's. Oh. Ah. Okay. Ich fühl mich komisch. Irgendwas, irgendwas fühlt sich richtig komisch an. Oh. Oh. Ich glaub, es funktioniert. Meine Hände. Ich fühl mich normaler. Oh mein Gott. Ich glaub, ich bin wieder ein Mensch. Dankeschön. Dankeschön, Herr Wissenschaftler. Wer sind sie? Was machen sie hier? Äh. Ich bin das Mädchen, zu dem der Geist gehört hat. Und wieso hab ich eine Sonnenbrille auf? Wissen Sie was, Herr Wissenschaftler? Das sind Fragen, mit denen können Sie sich gerne weiter beschäftigen. Ich muss gehen. Komisch. Sehr, sehr komisch. Danke auf jeden Fall für Ihre Hilfe. Ness, es hat geklappt. Ich bin wieder normal. Oh mein Gott, Ronja. Richtig cool. Und jetzt kommen wir zu deiner Schwester nach Hause und ihr zeigen, dass ich nicht, äh, wirklich ein Geist war. Beziehungsweise, dass du nicht spinnst. Lass uns schnell losgehen. Oh, wie heißt eigentlich deine Schwester? Veronika. Oh, schöner Name. Ähm, hallo. Veronika, ich hab nicht gelogen. Schau. Hi, äh, ich bin Ronja. Ich bin der ehemalige Geist, der hier war. Hey, warte, was? Jupp, deine Schwester hat nicht gelogen und sie spinnt auch nicht. Äh, ich bin wirklich ein Geist und ich wurde gerade zurückverwandelt von der verrücktesten Wissenschaftler, den ich jemals gesehen habe. Wie cool. Sorry, dass ich so fies war. Oh, kein Ding. Du konntest mich ja nicht sehen. Ist ja nicht deine Schuld. Hey, habt ihr Lust, gleich zu dritt was zu machen? Ja, wie wär's mit Himbeermarmelade? Ähm, vielleicht finden wir noch was anderes. Ich hab irgendwie gerade keine Lust mehr auf Himbeermarmelade. So, das war's mit dieser Folge Roblox. Ich komme zurück von den Toten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne den Kanal. Da verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und wir sehen uns im nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.